Mein Name ist Ueli Wieget, ich spiele Klavier beim Ensemble Moderne und stelle Ihnen ein Programm vor, was wir im nächsten Frühjahr im Abo hier in Frankfurt spielen. 20er Jahre, Wien, Berlin kann man sagen. Ein Programm, das um Schönberg herum gebaut ist, ist Schönberg, sein Kontrahent Korngold, dann Weil, die Leibspreise von Nali Gruber und Hindemith für uns als Frankfurter auch was ganz wichtig. Jeder hat eine ganz andere Ausprofilierung in seinem Idiom in dieser Zeit. Das sind Stücke, die zwischen Anfang der 10er Jahre und Ende der 20er Jahre entstanden sind. Korngold hat seine Suite zur Schauspielmusik von Shakespeare schon 17 geschrieben. Das ist ein Orchesterstück, da gibt es später dann auch kleinere Versionen. Schönberg, das ist ein Stück, was ein Auftragswerk war. Der Verleger damals im Braunschweig-Hindersen hat mehreren Komponisten den Auftrag gegeben, Filmmusiken zu schreiben. Damals waren ja Filme mehrheitlich noch stumm und man hat die live begleitet. Und Schönberg hat diese Begleitmusik geschrieben in Erwartung eines Filmes. Da stehen dann auch Charakterisierungen drin, ruhig vor dem Sturm oder Auflösung. Also so Sachen, die emotional mit einem fiktiven Film passieren sollten. Der Film ist gar nie zustande gekommen, weil die sieben Todsünden, da ist derweil schon auf der Flucht gewesen, da ist er schon aus Nazi-Deutschland raus gewesen, 33 in Paris geschrieben, da auch uraufgeführt. Und Hindemith natürlich die erste Karmusik, ein Skandalstück in Donau-Eschingen der 20er Jahre. Ich werde ein bisschen mehr über Schönberg erzählen, weil Schönberg natürlich als Lehrerfigur und auch als Kreator, Erschöpfer der modernen Musik, kann man sagen, oder für uns als Ensemblianer auch eine ganz spezifische Bedeutung hat. Schönbergs Lichtspielszene, 29, ist schon ganz Dodekafon. Schönberg hat ja von sich behauptet, er hätte die Dodekafonie, die Zwölftonmusik erfunden. Da gehen die Meinungen auseinander. Es gibt andere Leute, die gleichzeitig mit ihm auch daran gewerkelt haben, in Haber oder Hauer in Wien. Auf jeden Fall ist er derjenige, der das als erster auch theoretisch festgehalten hat. Er von sich selbst aus bezeichnet das erste rein Dodekafonistück, Opus 25 die Klaviersuite und dann später Opus 29. Aber davor gibt es Stücke, wo man schon merkt, da ist das Konzept des Rezeptes der Zwölf Töne drin. 1909 ist sein Opus 11, da ist er noch sehr harmonisch unterwegs. Und sehr, man kann auch sagen, duotonal unterwegs. Was ihn dann eigentlich wieder ein bisschen mit dem Hindemith verbindet. Der Hindemith ist eigentlich seine Modernität. Hat ihn ein sehr extravagantes Ausbalancieren von zwei Tonalitäten nebeneinander. Also, dass man entweder C-Dur und Fistur gleichzeitig hören kann. Beim Opus 11 ist das sehr offensichtlich. Da hören Sie einen Ostinato, was ganz eindeutig auf D-Moll steht. Und gleichzeitig eine Melodie-Struktur, die aber, kann man sagen, A-Dur ist oder Cis-Moll. Also, die changiert zwischen Tonalitäten. Trotzdem ist sie melodisch so gefügt, dass wir einen melodischen Background auch hören bei dem Stück. Obwohl es schon nach Dodekafonist riecht, es ist ein Stück, was noch immer sehr, sehr basiert ist in der Wiener spätromantischen Musik. Also, bei Opus 19, sechs sehr kurze Klavierstücke, sehr aphoristisch. Das ist ein Stück, was eigentlich aus Melodie-Motiven bestellt, die sehr gut voneinander separiert sind. Und in jedem von diesen Melodie-Motiven kommt er dieser Idee der Zwölftönigkeit nahe. Er hat allerdings auch Duplikate, also was später dann in der Reihenmusik und in der Seriellmusik verpönt ist. Da durfte man keine Duplizierung mehr benutzen, solange man nicht die Reihe komplett vorgestellt hätte, die Zwölftöne. Bei ihm ist das nicht da, also bei Opus 19. Und ich glaube auch, dass diese Duplikate trotzdem dazu beitragen, dass das Stück einen sehr modalen, also tonal wäre zu viel gesagt, aber einen modalen Charakter hat. Man kann durchaus sagen, das ist ein Abschnitt, der klingt jetzt nach Amor oder ist ein Abschnitt, der klingt nach Fistur. Also Tonalität wäre da zu weit gegriffen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020